Oh, alle YouTube, ich bin's Twan, Leute. Was geht ab? Wie geht's ruhig? Leute, heute nicht viel Vollzeitproblem, aber ich hab gedacht, komm mit Zucker ein bisschen zusammen. Mit Twan ein bisschen Zucker, ab die Bock, ab die Bock. Oh, Leute, lass uns mal hier leiden. Oh, was? Kassel lass? Kassel light? Was denn? Die gucken mir jetzt an. Das werde ich mal zucken, Leute. Ab geht's. Oh, Leute, willkommen, willkommen, willkommen bei Kassel light, Leute. Und zwar, wir müssen hier machen weg, so. Guck mal hier, wir machen weg und Leute können nach vorne stürmen. Leute, das ist der tägliche Übung für Twan, damit ihr immer alles habt, ab Start. Also, als allererstes, wir müssen überlegen. Hm, wir haben hier mal X4 oder X3 oder X2. Ich glaube, wenn wir es schaffen, da du es, du es gleich, dann alle vergleichen sich. Ich bin noch da, ich bin Taktiker, Macke. Was, Lucille? Okay, Leute, wir probieren einfach mal. Und warte, wir lassen einmal nach links und wenn nach links kommt, wir gehen volle Kanne durch. Angriff, mein Männer. Macht alle kaputt. Wir haben gewonnen. Oha, wir haben gewonnen. Plus 5, plus 7, plus 10, plus 15, plus 20. Leute, wir haben alles voll gemacht. Wir sind Bisse. Wir können verduppeln, verpfeifen, nein. Und zwar okay, weil hier haben wir gut. Wir machen Warten, bis das gleich wieder zurückkommt. In der Mitte. Und dann, wir lassen die hier alle fly. Wir lassen uns mal rübergehen, Leute. Ich stehe nach vorne. Und angriff, angriff. Oh, nein, nein, wir müssen den Platz machen. Okay, 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 okay. Leute. Macht euch beleidig. Wir machen, wir machen schöne Aufläufe. Guck mal, Leute, wir lassen alle hier zusammenkommen. Und angriff. Ja, zerstöne alle. Wir wollen keinen Gefangener haben. Gar keine. Sehr gut. Sehr, so lobe ich mir das. So lobe ich mir das. So, habt ihr gut gemacht, meine Freunde. Twan Army suffer alles. Twan Army suffer immer alles. So, ich brauche keine Werbung extra. Oh, guck mal, wir haben Platz. Wie, wie, ich heiße nicht sie. Ich heiße Twan. Ne, geht doch, geht doch, geht doch. Okay, okay, Leute. Oh, wir können verbessern. Wir können bezahlen hier. Guck mal, Leute, die hier oben links, was wir sammeln. An, an, an diese Zim. Wir können verbessern. Wir machen einmal Waffe. Einmal Lüstung. Oh, wir kaufen nochmal einmal. Hier. Oh, wir kaufen ein bisschen Waffe. Ja, guck mal. Oh, mein Soldat ist gut geworden. Mein Soldat ist gut. Oh, Leute, hier ist minus. Hier werden minus 10. Aber wir verdoppeln das. Hier sind wir gleichfach. Wir machen gleichfach. Oh, wir lassen die hier. Weil, guck mal, der mag den Leon und alle gehen einmal durch. Okay, 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 okay. Haben wir noch keine. Jetzt, jetzt dürften alle vergleichbar sein. Wir machen jetzt hier einmal so eine Versammlung. Okay, hier haben wir mal zwei. Wir machen ein. Angriff! Mach die weg! Stark, stark, stark. So, ihr sammelt euch hier in der Mitte. Oh. Oh, 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 oh. Ja, kommt alle einmal durch diese Mais 2. Perfekt. Ich will eine Aufleihung hier. Männer! Habt ihr verstanden? Männer, ihr kämpft für Tuan! Weil die haben Regel Nummer 1 geblocken, die Lote. Niemals mit Tuan anlegen. Angriff! Ah! Oh, schaffen wir das? Easy, busy. Easy. Gut, gehen weiter hoch. Geh weiter hoch! Ah, 15. Hm. Hm, Leute. Das ist okay. Das ist okay. Wir machen auf... Nein, danke. Oh, wir sind 201.000 da? Egal, Leute, wir machen weiter. Wir machen weiter. Oh, weiter machen jetzt hier. Oh, warte mal. Hier das töten doch bestimmt, oder? Nein, wir gehen... Ah, wir gehen einfach auf mal 4. Egal. Es ergibt keinen Sinn, Leute, wollen wir hingehen sollten. Oh. Oh, Diamanten umsonst. Oh, schaffen wir das? Oh, das wird zwielig, Leute. Das ist meine sehr verehrte Damen und Herren. Das wird zwielig. Aber wir geben nicht auf! Oh. Wir haben gesauft, aber nicht gut. Nicht gut. Wisst ihr, was wir machen? Wir probieren nochmal. Wir probieren nochmal, Leute. Wir machen es lauer. Wir machen es lauer. Und zwar, wir machen... Wir gehen hier durch. Wir gehen hier durch. Wir machen einmal so fly, alles. Haben wir das jetzt mehr, Leute? Wir werden angegriffen, machen direkt! Jetzt bin ich gespannt, Leute. Glaubt ihr, das war slower? Nee, glaub nicht. Nee, das war genauso gut wie andere. Na gut. 7 plus. 7 ist immer noch. Plus ist plus, Leute. Merken. Immer merken. Oh, da war ein Zuhang. Ich bin der Einzige, weil ein Zuhang. So, wir machen jetzt hier weiter. Was wir kaufen? Ich will aber keine. Gut, Leute. Wir werden uns neue Axt besorgen. Ja? 45 plus 35 ergeben 80. Leute, Angriff ist beste Verteidigung. Deswegen, wir gehen fulle Kante jetzt hier leihen. So, was ist denn das hier? Ey, das ist minus 20. Das ergibt keinen Sinn. Nein, das sind keine 20, Leute. Wir gehen hier durch, Leute. Wir gehen einfach hier durch. Oh, ah. Wir lassen alle jetzt hier hinkommen. Und Angriff. Verdoppeln euch. Okay, Leute. Das wird die Schlag der Legenden, Leute. Das wird in seinen Haupttoren kommen weiter nach oben oder nicht, Leute. Wenn ihr fallen. Bam, Angriff. Oh, mach weg, mach weg, mach weg. Sehr gut. Ah, 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 ah. Wir haben plus 20. Ist okay. Ist okay. Geht besser? Geht's lister. So. Weitermaken. Okay, ich mache weiter. Oh, Leute, wir werden hier natürlich auch wieder auflösten, Leute. Wir müssen uns ein Werbung gucken. Wir sind uns nach der Werbung wieder. Oh, Leute, wir können uns verkaufen. Wir brauchen neue Lüstung. Wir haben neue Lüstung. Wir brauchen neue Lüstung. Unsere Männer müssen ein bisschen... Hab ihr es zählt? Hä? Wir gehen natürlich auf plus viel. Wo ist das Problem? Warte mal. Oh, guck mal, hat sogar geklappt. Nee, 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 hat geklappt. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall... Ah, verdammt. Okay, wir müssen hier gucken. Am besten, wir lassen hier so drücken. Ah, nein, die kommen alle. Verdammt. Aber guck mal, wie viel Männer von mir kommen. Nee, 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 nee. Da kommt immer mehr. Da kommt immer mehr. Hört nicht auf. Twan habe Zeit gefunden. Aber nein, nein, nein. Wir machen Lüstung. Kommt weiter, Leute. Wir werden uns auf jeden Fall hier vorbereiten, Leute. Für die große Schlag und Mittelerde. Nee, 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 nee. Und anklief. Oh, mein Gott. Die blaue Welle kommt von Twan. Oha. Jetzt muss ich ganz nach oben kommen, oder? Jetzt muss ich ganz nach oben kommen. Ja. Wir haben es geschafft, Leute. Zune wieder eins weiter. Oh. Seid mal gerne Kommentare. Gefallen, nirgst du Indie-Spieler? Weil es gibt noch ein bisschen viel, die man machen kann. Leute, ja. Heute ist das zweite Video vom Tag. Deswegen habe ich gedacht, noch doppelt ist vielleicht hell besser. Oh. Okay, wir kaufen uns eine neue Waffe. Warte mal. Leute, wir gucken uns kurz die Werbung an und dann let's go. Okay, Leute. Okay, Leute. Wir machen jetzt hier weiter. Wir gehen natürlich auf plus drei. Hä, was ist das für eine Flagge? Oh. Guck mal hier. Guck mal da. Und los geht's, Leute. Ankliff ist Bestverteidigung. Wir müssen hier durch. Wir müssen... Oh mein Gott. Was? Wir haben verarmen. Ist ja Lizzy Klus. So wie Twans. Toulouse. Und Ankliff. Ankliff. Let's go. Wir haben ihn wieder gewonnen. Oha. Okay, okay. Oh. Das war jetzt ein... Oha. Also es ist so fast mehr Männer-Ticket in meinem Timpel. Nein, danke. Oh. Ab nach oben. Weitermachen. Oh. Lass wir kaufen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Lüstung. Ähm. Natürlich gehen wir hier leihen. Hey. Was ist das für eine Flagge? Oh. Danach natürlich, äh... Danach sind die Klonen hier. Wir müssen auf jeden Fall hier auf minus zwei gehen. Weil minus hundert ist zu viel, Leute. Ich glaube, wir haben keine hundert Soldaten. Wir haben keine hundert Soldaten. Ich mache nochmal kurz so Platz. Nochmal so Platz. Dann lassen wir hier alles so in Duis komme. Und wir greifen so an, Leute. Da gehen nochmal alle hier durch diese Meist zwei. Oder doch nicht. Angriff! Oh. Easy peasy. Lemons gewisi, sagt ein Tuan. Na. Leute, wir haben komplett kaputt gemacht. Alle. Wir haben die komplett kaputt gemacht. So. Nein, danke. So. Wir steigen natürlich auf. Leute, schaffen wir heute noch zweihunderttausend? Hm. So. Okay. Wir müssen noch einmal gucken. Okay, Leute. Okay. Wir haben aufgelevelt. Du musst die Werbung gucken. Aber wir werden aufhören damit. Das ist leicht. Ich will keine Werbung. Ich will kämpfen. Oh. Jetzt die Flagge. Diese Mal 4, Leute. Und das ist 20... Wir probieren das mal aus. Wir probieren das mal mit Mal 4 aus. Oh. Das ist, glaube ich... Das war, glaube ich, gut. Das war, glaube ich, sogar slow, Leute. Oh. Komm, komm, komm. Ja. Perfekt. Perfekt. Oh. Das war wichtig. Das war wichtig und listig. Weil jetzt, wir machen die Gegner kaputt. Pam, pam. Pam, 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 pam. Hey. Wir sind durchgekommen. Ganz einfach durchgekommen. Ganz einfach. Easy peasy. Oh. Wir sind komplett bis nach oben gekommen. Leute. Das war ein guter. Das war ein slow. Habt ihr gemerkt? Tuan ist slow. Slow, slow, slow. So. Komm, komm. Leute, wir müssen noch 200.000 irgendwann schaffen, oder? Wir müssen auf jeden Fall 200.000. Komm, wir können jetzt wieder ein neues Hild kaufen. Und hoch damit. Weitermachen. Jetzt machen wir das. Oh, Boss. Ein Bus. Oh, Leute. Ich glaube. Nein. Das ist besser hier. Jetzt mal zwei, mal drei. Und dann nochmal mal zwei, jetzt mal fünf. Oh, nein. Das war dumm. Das war nicht gut. Na, verdammt. Oh, mein Gott. Leute. Glaubt ihr? Wir schaffen das. Guck mal, wie loose der ist. Ich hoffe, wir schaffen das, Leute. Ich hoffe, wir schaffen das. Was ist mit dem hier los? Nee. Komm, Oma. Und let's go, Leute. Oh, mein Gott. Zaffeln wir den Bus? Komm, haut drauf, Leute. Haut drauf. Wollt drauf, Alten. Auf die Beine. Los, beißen, Lüge. Ihr könnt auch beißen. Okay, wir haben gesafft. Wir haben gesafft. Und einer haben wir gefehlt. Für letzte Klo. Wir müssen noch mal machen, Leute. Geht so nicht. Geht so nicht. Wir müssen besser timen. Jetzt. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt wir schaffen das. Auf jeden Fall. Oh. Sündün machen hier. Sündün machen, Leute. Jetzt haben wir Sündün gemacht, ja. So, jetzt werde ich erstmal ein paar Leute sammeln lassen. Und wisst ihr was? Wir gleifen an. Wir gleifen an. Oha. Okay, die hauen gut drauf. Oh, mein Gott. Der tötet so viele von meinen Männer. Aber wir haben ihn kaputt gemacht. Jetzt. Das war besser. Das war besser, Leute. Bitte. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. Ich habe gesagt, tu anzaffeln das, Leute. Manchmal. Ihr müsst noch zweitemal probieren, ja. Einmal zeigen, dann ist nichts. Wenn man aus Wien lernt, ist okay. Ist okay. Kann man, kann man lieber wegsehen. Okay. Perfekt. So, wir machen wieder weiter hier. Oh, wir haben diese mal fünf. Let's go, let's go. Mal fünf. Oh. Oh, hier sind ganz viele versteckte Diamanten. Okay, Leute. Wir müssen einfach hier mit, jetzt mit Hasslein gehen. Oh, das wird eine Wellenangriff. Oh, Leute. Guck mal. Ein Mixerkampf. Ein Mixerkampf. Das habe ich noch nie gesehen. Angriff, meine Freunde. Was schaffen wir das? Oh, guck mal, Leute. Wie ein Ball. Wir machen alles kaputt wie ein Steinball. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Oh. Let's go. Let's go, meine Freunde. Oh. Okay, wir müssen weiter nach oben. Perfekt. So, was wir kaufen hier am besten. Unsere Lüftung ist nicht so stark. Aber ich würde doch sagen, wir kaufen einmal Lüftung nochmal, Leute. Weil wir müssen auch. Oh nein, das ist nicht gut hier. Wir machen aber hier erstmal Vorbeleitung. Oh, die gehen bis da durchs. Jetzt, wir müssen da durchs. Jetzt, wir müssen da durchs, Leute. Jetzt da durchs. Nein. Oh nein. Pfeil sind kaputt gegangen. Wir machen eine schöne Linie hier. Weil wir müssen, guck mal, damit wir leisten alle. Guck. Juan, ich habe Ahnung, Leute, von den Gänse-Business. Okay. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Aber meine Versteckung komme. Ha, ha, ha. Wir sagen, Leute. Commander Juan, haben das wieder mal geschafft. Oh, das war's well, Leute. Das war's well. Leute, wir sind mit Level 12 gekommen. Ich würde mal sagen, oh, 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 gut, gut. Wir haben Level 12. Oh, Leute. Oha, Leute, ich sage euch ehrlich, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Wenn ihr Bock habt auf nochmal sowas, Leute. Warte, kurz mein Tunus-Line. Wenn ihr Bock habt auf noch so mehr, Leute, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert, Zähne, Glock aktivieren. Und seid mir gerne in den Kommentaren. Wer jetzt anderes Spiel soll ich auch, sollt man auch ausprobieren. Oder, Amir? Tschüss.